Hallo und herzlich Willkommen hier Woa! Ähm, zum Break & Swamp bewerben Gieselbert, was ist mit dir? Hä? Kannst du keinen Bagger fahren? Ja, da hab ich jetzt in der Errungenschaft gekriegt, ne? 5000, äh, wie weiß ich, Euro Ey, Alter, hör mal auf! Ähm, 60 Minuten Arbeit oder was? Jaja, hast du auch gekriegt? Ja, jaja Alter! Ja, geil! Hörst du mal auf jetzt? Der belästigt mich! So, dann wollen wir mal... Wir hören natürlich nicht auf die Beine... Tobi, was ist da los? Ich bin hochkonstruiert die Currys Bagger haben Achso! Was? Wollt ihr mal einen richtig gelben Arm zeigen, Tobi? Was? Ihhh, hä? Ihhh, hä? Ähhh, hä? Aber doch, so vorne, so kleine Nur eins, so ne Kuppe Aber warum gelb? Ja, weil mein Bagger auch gelb ist Hä? Schön, dass du das mal... Oha! Der ist nicht so aggressiv Alles klar So, Träubisch! Sehr gut gemacht! Sehr gut gemacht! Nein, Curry! Nein, bitte nicht! Wir müssen das Ding noch abnehmen! Warte mal! Wie kann ich das denn sichern? Ich weiß nicht! Der ist gesichert! Der ist doch schon angekommen! Lass doch mal so! Dann wollen wir los, ne? Ja! Ey Tobi, du kannst... Ich kann da rauf fahren, ne? Du kannst da irgendwie solche Dinger rauf... Entschuldigung! Warte mal! Mach das mal! Wobei, ich glaub das ist gar nicht das Ding! Was mach ich da gerade? Ich hab keine Ahnung, Curry! Tobi, ich glaub das ist ein anderer Wagen! Was auch immer die da machen, wir gehen schon mal vor! Ich will's nicht wissen! Wahrscheinlich kommen da gleich zwei kleine Wagen dabei raus! Die regeln jetzt! Ich hab halt leider nicht so ne Rampe! Was machst du? Ja! Ich häng fest, Tobi! Warte! So, machen wir halt jetzt mal ganz schnell, Hase, ne? Sehr gut! Richtig! Richtig, sehr sicher bei mir, ne? Ja! Schön noch mit den anderen Seiten drin, sieht man aus wie Kaffee! Was? Tobi, warte mal kurz! Oh, ein Kaffee hätte ich noch machen sollen! Oh, meine Schaufel ist ja wieder frei! Geil! Mal gucken, wer jetzt erst, wer fertig ist, Leute! Wuuuuh! Wir müssen ja gar nichts machen! Bei der gemeinsamen Aufgabe! Ah, alles gut, Anna! Hallo Tobi! Hallo Tobi! Streichel deinen Kopf! Hier links, ne? Hier links, hier links! Oh! Hä? Hier hat jemand einen Gabelstabler... Da kannst du nicht... Alles klar! Sie kann da durch! Immer mit! Das kommt mit! Sie kann da durch! Alles klar! Dann kannst du mir den Weg, sagst! Ich werde jetzt gerade ausgefahren! Ich habe noch nie gesehen, dass hier ein Verkehrsschild ausgeruppt werden kann! Ja, ne, ich glaube nicht! Oh, wobei! Oh! Vielleicht gibt es Schaufelaufträge! Chris! Warte, 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 warte! Kannst du dich nicht mit der Schaufel hinten festhalten? Oh! Oh! Was machen die beiden denn da? Ich weiß es nicht, ey! Warte, Tobi, wir haben einen Plan! Ich kann mich mit der Schaufel hinten festhalten! Und unseren Zuschauern hier eine... Du klemmst dich da dran, dann fang ich los, Anna! Ja, genau! Warte, pass auf, Tobi! Ich bin so eine Spinne, weißt du! Die reden aber auch so laut, dass man dich kaum versteht! Die überreden mich einfach! Achso! Entschuldigung! Das machen die einfach extra, weil wir sind jetzt... W und S Q! So, da ist es! Juhu! Warte kurz, Tobi, warte, warte, warte! Ah, schön! Warte, warte, warte! Toll, wenn man Erfolge feiert! Was? Okay, hier, ja, ja! Warte, Tobi! Warte! Und hier rechts rein, ne? Ja, ja! Ja, Moment! Kannst du auch, ohne dass das zugeklappt ist, hochfahren? Ja! Ja, fahr mal! Geht er? Ciao! Toll! Wow, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt! Ich mach den Baustellenbereich frei! Oh Gott! Hä, wir haben es geschafft! 5 von 5! Achso, muss ich da... Besorge, zweimal Rollrasen! So, ist es schon weg! Ach cool! Ne, ist schon weg! Ach cool, da fahren wir wieder zurück! Ja, zweimal Rollrasen im Gartenhandel! Willst du mal fahren? Ja! Ja, kann ich machen! Ich glaube, Rollrasen braucht ihr das Ding, was ich kann! Oh, warte, warte! Warte, warte, ich fahr mit dem Tobi! Ja! Kommt zum Gartencenter, auf geht's! Wo ist das Garten? Warte, warte, ich muss das Garten... Warte, ich muss das Garten... Warte, ich mach hier rechts lang, rechts lang, Tobi, rechts! Cool, Mann ey! Ihr fahrt schonmal zur Baustelle und wir holen uns Gartenrollrasen-Dings! Okay! Jetzt will ich mal... Ich will gar mit Schlappler fahren! Oh Gott! Ja, viel Spaß! Das ist voll gut! Ich will Kran fahren, Mann! Ich will Kran fahren! Ich will Achterbahn fahren! Ich will Achterbahn fahren! Ja, Achterbahn, lass uns eine Achterbahn bauen! Minecraft! Ja, jetzt go! Boah, lass mal Minecraft spielen! Eine Folge! Boah, wäre nice! Eine Folge! Das kriegen wir niemals wieder! Boah, ich würd gern mal mehr an mein Haus besuchen, ey! Pass auf, Garela! Oh mein Gott, was das denn? Tobi, was hast du gemacht? Woher fahren wir denn jetzt? Woher fahren wir denn jetzt? Das ist der von Erik! Wir fahren ihn mal besuchen! Das ist der Gabelstaub auf der Straße? Ja, ich hol mal kurz Rollrasen! Der ist nicht von mir! Ich weiß nichts über den! Ich hol Rollrasen, Tobi, warte mal kurz! Ah, mit V komm ich in die... Guck mal, da sehen wir der Erik gerade, wie er fährt! Ist das schön! Oh, ja, auch cool! Auch mit V in die Fahrerkabine! Das ist ja nice! Ja, mein Rollrasen bitte! Boah, ist das schnell! Boah, ist das schnell! Richtig schön beobachten! Boah, wirklich schnell! Sieht aber ganz gut designt aus, ne? Ja, irgendwie! Erstaunlich gut! Boah, was habt ihr denn für ein Tempo drauf, Leute! Moin! Hä, falsche Seite, oder? Ne, ich fahr mal gucken, was der Curry so macht! Wie kann ich denn hier? Hä? Aber wir sind doch gerade uns vorbeigefahren! Wir sind hier beim Garten-Dings da! Bist du gerade vorbeigefahren! Achso, warte! Boah! Tobi, ist da richtig... Schön 60, also! Jo, Tobi, was geht ab! Bist du... Bist du... Warte, ich bin ready! Ich bin hier in... Oh! Ja, ja, bin ich auch! Oh, die Rückspiegel funktionieren sogar! Boah, faul! Jo, Tobi, Alter! Jo, Tobi, Alter! Guck mal da rechts raus, guck mal da rechts raus! Geil, Tobi, Alter! Okay, warte! Oh Gott! Komm, wir gucken uns mal das Garten-Ding an! Ich hab das noch nicht gesehen! Ja, ich auch nicht vor! Dieses Chaoten-Team, ey! So, warte mal! Hey, Vorsicht, Alter! Ganz langsam hier! Vorsicht, junge Dame! Ja! Boah, schön! Oh, guck mal! Überall ist Marihuana hier vor die Plantage! Was? Hä? Genau, das... Das fällt sich... ...Fahren unter den Gartencenter vor! Marihuana, ey! Marihuana, ey! Hä? Was ist das für eine Optik, wenn man hier nach links guckt? Hä? Hä? Ja, ist irgendwie seltsam! Oh, wie kannst du mich hier irgendwie einweisen gerade, ey! Ich hab in Life is Strange halt gelernt, ne? Mhm! Das sieht gut aus, nur nach vorne jetzt! Das war sehr bildend! Ach so war das! Ja, ja, ja! Ja! Oh, schön! Guck, die haben sogar was hingekriegt, bevor die den ganzen Quatsch machen! Sehr gut! Nach vorne ein bisschen noch! Mhm, 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 mhm! Geht nicht, ne? Oh, 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 oh! Kippst du dir! Kippst du dir! Dann rutscht es vielleicht runter auf den Dingern! Kipp die Gabel in deine Richtung! Ja, super! Ist das schön! Ja! Ja, das sieht gut aus! Richtig toll macht er das! Hab ich! Sieht sehr safe aus! Ja, warte ich mach das ganz langsam! Und jetzt gegen Gabelstablaufen! Nein! Hör auf Lutz! Lutz, bitte! Oh Gott! Hahn, ist das dein Ernst? Hast du bei mir auch gerade gemacht! So! Ich will es hier drauf! Ich gucke mal hier hinten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn da? Ah, die junge Dame! Gewächshaus mit Blumen! Kann das vielleicht jemand kurz? Kann das jemand zurücksetzen, das Ding da? Oh Gott! Hä? Warte, guckst du? Oh, was ist das? Schön hier! Das sind Blumenklumpen! Du kannst die ganze Klumpen an Blumen kaufen! Ich mag solche Simulatoren! Warte mal! Ich versteh das jetzt nicht so ganz! Wir haben Setzlinge gekauft, haben ein Loch gebuddelt, haben die Setzlinge aber nicht reingesetzt! Jetzt haben wir ein Loch gebuddelt! Und jetzt holen wir Rollrasen! Ja, warte doch mal! Hä? Warte kurz, Tobi! Wenn das Bild fertig ist, dann ist wie bei Skribbel! Am Anfang macht das keinen Sinn, aber wenn das dann fertig ist, dann ergibt das alles plötzlich Sinn, weißt du? Ach, Rollrasen, ey! Was? Harry, Bert! Komme, wann ist los? Nee, der dachte wieder, der wollt wieder die Schuld auf dich schieben! Chef, was los? Nee, ich wollt grad die Schuld auf dich schieben, Harry, Bert! Warte, ey! 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 Kann man schieben, so kann man... Ey! Nee! Ey! Aber soll ich einfach unter dich fahren, warte? Was denn scheiße! Oder so! Curry, kannst du auch V drücken? Ja! Oh, das sieht richtig safe aus, was du da oben hast! Ey, boah, ich will mir ein Simulator mit euch schwingen! Das sieht richtig safe aus! Ey! Nein! Ich muss testen, warte kurz! Okay, warte, wir machen's fest! Wir machen's fest jetzt! Okay! Vorsicht, ihr müsst gleich festblenden, Leute! Ja! Ist klar! Mal gucken! Lass kommen, Chef! Nur ein popeliges Ding? Ähm! Kann ich mal... Ja, ist egal, lass runter droppen, das fällt ja eh drauf! Nee, warte, das Ding hier muss weg, das Ding hier muss weg! Ist doch egal, ist doch scheißegal! Nein, der geht das doch nicht runter! Das fällt runter! Warte, 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 warte! Ja... Warte drauf, Profi! Nein, es geht hier hoch! Warte, warte, warte! Ich hab nichts gemacht! Du klappst das immer nach oben, keine Ahnung warum! Hä? 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 Och komm, Alter, ich hasste aus! Aber ich mach das mal... Ich mach das mal nach oben, vielleicht ist das dann einfacher. Kann jemand... Kann man jemand das Ding wieder hier hinstellen? Warte mal! Warte drauf, warte, 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 warte! Hä, wie du hast drauf! Hä? Warte, 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 warte! Hä? Hier, und jetzt! Warte, warte, warte! Hab befestigt! Ist die befestigt? Nee! Nee, ist doch nicht befestigt, warte, guck! Hä? Hä? Was ist denn hier los? Hä? Drei Paletten Setzlinge hab ich da drauf gemacht, ne? Was macht ihr denn da? Tobi, warte noch mal kurz, wir sind noch in der Ausbildung! Das ist der Chef, der kann gar nicht selber arbeiten! Halt die Knauze! Halt die Knauze! Wir brauchen noch einen zweiten Rollrasen, ne? Echt jetzt? Wo ist denn jetzt? Wo habt ihr die her? Moin! Ich kauf doch... Ich kauf doch gerade Rollrasen! So, Rollrasen verschieden ist hier... Einmal! Ja, hier, kauf deinen Lutz! Da ist er! So, jetzt bitte! Oh nein, kauf deinen Lutz! Mann, Lutz! Tobi, krempel mal runter da den Zaun! Wurst am Limit! So, ich hab die jetzt sicher hier! Komm! Hört auf jetzt, Leute! Bitte! Ich will nur sichern! Ich will nur sichern! Bist du, Erik, gerade deine Finger jubeln? Du musst dann stehen wir davor, glaub ich! Hä, ich jub mich gar nicht den Fingern! Ich warte wirklich nur aufs Sichern! Ja, okay! Warte, 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 warte! Bevor es wieder runterfällt! Warte, warte, warte! Ja, 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 ja! Super! Ja, perfekt! Haha! Noch ein bisschen runter! Noch ein bisschen runter! Hört sich an wie... Nein, runter! Hört sich an wie eine Mücke! Geh nicht weiter! Ich glaub, du musst ein Stück zurückfahren, ne? Weil das so gesenkt ist! Ja! Jawohl! Ist es befestigt? Ja, ist befestigt! Ist befestigt! Alles klar! Warte, aber wir bauen doch noch einen! Ja! Aber ob es auch, dass es drauf! Soll ich mal lösen? Guck mal, was passiert! Das sieht aber sehr komisch aus! So, dann machen wir jetzt ganz fix hier! Das kann die Curry ja vielleicht so von der Seite drauf machen! Hä? Das machst du scheiße! Hörst du mal auf! Oh, Parable Gabelstapler fahren, hab ich gehört! Oh, ja! Ich hab mich schon bewegen! Ja! 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 Wird aber nicht safe aus da hinten, ne? Mach da ganz gut! Ja doch, warte, warte! Warte, warte! Ganz langsam! So! In Zeitlupe, wir machen das ganz, ganz vorsichtig! Fahr mal von der Seite drauf vielleicht! Nicht von hinten, sondern von der Seite einfach! Ich möchte das bitte auf 20 Folgen verteilt haben! Warte, warte! Warte, warte! Ganz vorsichtig! Ganz langsam! Es schüttelt nix! Und es wackelt auch nix! Lf? Jaaa, genau! Wunderbar! Jetzt langsam vor! Okay! Los! Warte! 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 Soll ich Ladung lösen? Warte! Noch nicht! Noch nicht! Noch nicht! Ich hab Angst! Warte! Okay! Okay! Uh! Das ist doch! Oh! Ähm! Ähm! Ist das sicher? Ist sie befestigt? Ja! Ich glaube nicht! Ne, ich glaube nicht mehr! Nein, nein, nein! Warte, warte! Stopp! Ist doch gut! So kann ich nicht fahren! Ich glaub, das fällt runter, oder? Warte! Warte! Kann ich Ladung befestigen? Jaaa! Ein Teil der Ladung ist nicht komplett richtig da! Juhu! Fahr mal das Ding runter, Tobi! Die Zaun da! Äh! Ja, das hängt! Mann, Mann! Fahr'n kannst mal kurz! Äh! Ey, nein! Das war zu spät! Alles klar! Ich glaube, das ist nicht fest! Äh! Doch, das ist da dran! Fahr los! Fahr'n! 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 Dann mach jetzt mal, komm! Fahr'n! Ja! Ich hab' gar keine Ahnung davon! Ganz easy! Ach, kein Problem! Wir werden niemals mit dieser Baustelle! Wobei wir sind schon voll weit! Jaja, voll weit, sagt er! Oh, schöne Blumen! Sag mal, Lutz, was machst du? Oh, nee! Dagegenwiegen bin ich allergisch! Boah! Ich hab's jetzt! Guck der mir von nahem an, die sehen richtig schön aus. Ey man, einfach Doppelkabelstaplerhilfe. Richtig Sommerfeeling. Du musst zweimal V drücken, dann hast du voll die geile Cam. Komm, geh mal rein, geh mal rein einmal. Und drück zweimal, drück zweimal V. Ja du meinst die Insel an sich. Siehste? Das ist ja cool. Ja, das stimmt. Sagt das doch vorher Lutz, alter. Ja, das hab ich grad gemacht. Also du kannst das schön machen. Schön gucken. Was ist denn jetzt, wenn ich hier... Was denn? Äh Curry? Ich hatte grad grad fast gehabt, ne? Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wolltest du mich anbumsen gerade? Ich wollte dich anheben. Mit dem Zeigefinger so einmal durch die Rippen. So war echt. Okay, das will ich jetzt nochmal probieren. Das ist ja eine coole Perspektive. Das ist voll die geile Perspektive, ne? Curry? Was denn? Ja sauber! Nein Curry! Soll ich mich dagegen stellen? Diese Bär! Ach, ich glaub ich mach wieder von der falschen Seite, ne? Ich komm von einer Seite mal nicht ran. Ich kann's von der anderen vielleicht... Ja, wobei... Ich kann's vielleicht von der anderen Seite nochmal anschieben. Ja, das ist ja ganz gut. Warte, ich probier nochmal schnell hier... Ne. Hm. Kann ich mich ernsthaft, der kommt dir jetzt nicht in Bürgersteigung oder was? Ja, jetzt der Erik. Jawoll, nice! Aber der hat's nicht gegriffen, ne? Ne, 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 ne. Ich probier mein Bestes trotzdem. Ganz vorsichtig. Und wenn ich nur zurück... Oh, fuck! Ja, ne. Von der Seite komm ich halt kaum ran. Okay. Ja, 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 ja. Ich war bei der Runde. Könnt ihr da besser dran kommen vielleicht? Ja. Stimmt, hä? Wie dumm sind wir eigentlich? Ha, 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 ha! Ach, ich bin das so schön gerade irgendwie, ich weiß nicht warum. Warte kurz, warte kurz. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, oh, ich mach grad diese V-Ansicht. Wir fahren Kreis. Die Euro-Palette, ey. Boah! 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 Habe ich halt echt 15 Minuten dafür gebraucht, dass wir diese blöde Palette wieder rausbringen. Tobi, hör auf! 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 Ich hab nix gesagt. Imfemie! Boah, ist das warm, ey. Okay. So, mach mal runter da die Wuchse. Wie der immer so runterklappt. Ich versuch den hier rechts hinzusetzen, oder? Lass die Hühlen fallen für dich, Göring. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Das sieht gut aus daneben, oder? Bisschen weiter nach vorne? Ja. Sehr schön, König. Passt perfekt, perfekt. Aber das ist immer nach oben, ich versteh's nicht. Weil ich dagegen fahre. Macht aber keinen Sinn, dass es plötzlich nach oben schlackert. Das stimmt. Noch ein bisschen vor, noch ein bisschen vor. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey. Okay, warte, oh, oh. Ähm. Nee. Nee, geht nicht. Nein, nein, das! Der war grad fest. Jetzt! Oh, jetzt, jetzt! Boah, wunderschön! Tobi, mach mal mal zu. Warte, 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 ich stuf das ein bisschen an. Jawohl! Boah, super! Jawohl! Alter, geil! Alter, geil! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter, das ist ja mega cool! Dadadadada! Wir sind Busfahrer! Und das ist unser Style! Was? Geil, Leute, auf geht's! Komm, wir machen die Baustelle fertig! Wartet auf mich, Tobi! Wartet auf mich, ich muss mitfahren! Auf geht's! Oh, der Arme ist für mich! Spawn in mich! Spawn in mir! Ja! Du hast recht! Oh! Oh! Huch, hier ist echt Action! Action Cam! Hier ist die Action Cam! Boah, geil! Wie wird das aussieht, wenn ich die Innenansicht mache, wie der Cory da immer so sitzt? Ah, die Action Cam! Guck mal! Voll regungslos! Hallo, da, ich bin angespannt, weil ich genau weiß, was du für'n scheiß Fahrrad hast! Hey, hey, hey! Vorsicht! Ja, wer hat denn jetzt bitte gerade 17 Minuten geworben? Zwei Paletten drauf! Du doch besser! Ich hab vorhin drei Paletten in kürzerer Zeit draufgehauen! So! Stopp! Der hätt ich immer wieder da! In den markierten Bereich abliefern! Du musst das da in das Loch reinwerfen, glaub ich! Wo ist der markierte Bereich? Nein, bei den Hütchen! Boah, das ist scheiße! Da ist das nicht gut! Nee, du musst das hier so hinwerfen! Hier! Vor allem, warum sollen wir eine Gartenanlage bauen, wenn nicht mal ein Haus hier steht? Das macht eben gar keinen Sinn! Warum ist da hier ein Loch? Nicht in das Loch! Nicht in das Loch, nicht in das Loch, Tobi! Davor! Hier! Genau, hier so ungefähr! So, ich würd's mal kurz! Und ich würd's mal kurz! Das hier wird Rollrasen? Das wird voll beschissen aussehen! Keine Ahnung! Erik, das ist schön! Noch ein Stückchen zurück, Tobi! Noch ein Stückchen zurück! Ja, 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 ja! Nee, nee, nee! Zurück, zurück! Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück! Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück! Jawohl, jetzt, jetzt, jetzt! Ich möchte, dass wir einen Vlog machen auf... aufm Bau! Hä? Ja, noch ein Stück! Das rutscht noch nicht! Das rutscht noch nicht! Warum will ich noch ein Stück kommen lassen? Das rutscht noch nicht, Tobi! Du musst weiter! Puh! Hä? Das rutscht ja immer noch nicht! Bei einem Bagger würde ich echt gerne mal sitzen! Hör auf! Habt ihr das kaputt gemacht, oder was? Nein! Hör doch mal auf! Hör doch auf! Ja! Jetzt ist das kaputt! Ihr habt kaputt gemacht! Nein! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Ja! Prächtig, Tobi! Prächtig! Ja, toll! Mach den Baustellenbereich 2! Okay, alles klar! Absatzskipper, kleiner Bagger! Alles klar! Müssen wir alles wegfahren, Leute! Müssen wir alles wegfahren, Leute! Müssen wir alles wegfahren, Leute! Räumt die Platz, räumt die Platz, räumt die Platz! Der Bagger! Hä? Wie geht denn dort? Machen wir mal Q und E und halt beide mal gedrückt! Irgendwie so! Hä? Aber der fährt nicht! Vorher, ne, warte! Vorher einmal Tab-Taste drücken! Vorher Tab! Go, Tobi! Erstmal parken! Wow! Und jetzt Q und E hab ich gemacht! Das ist, ja! Ein bisschen was! Ah, ah! Warte, wir helfen dir, Erik! Warte! Vorsicht! Aus dem Weg! Nein! Curry! Curry, was soll denn das? Danke für nichts! Soll ich dich anschieben? Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Nein, ich will doch nur Frau Baustelle! Lass mich in Ruhe! Mama! Die beiden Jungs hänseln mich wieder! Oh! Oh Gott! Einmal noch! Ja! Ja! Jetzt! Ja! Warum hat der Auftrag denn ne Stunde gedauert? Hm! Lass mal überlegen! Ja, und jetzt? Was geht? Ist sowas geräumt? Wir dürfen auch nicht mehr drauf, ne? Oder? Ja, warte mal! Ja! Achso, ja stimmt! Wir müssen auch runter! Oh! Wir müssen auch allesamt runter! Ja, schade! Der Baustellenbereich ist glaube ich noch ein bisschen größer! Ich glaube wir müssen hier ganz wegfahren! Oh, ich hänge! Warte! Okay! Die Scheiße denn! Ah! Äh! Jawoll! Ja! Passiert das hier? Die Atombombe oder was? Ne, wir müssen ganz wegfahren! Na wo? Oh, jetzt häng ich am Schild! Weil das zu Ispan! Ich geh mal mit den Erik Winter! Yay! Alter! Sauber, geil! Oh, nice! Oh, oh, oh! Yay! 26.000 Cent! Wow! Das ist natürlich nice! Das können wir nie ausgeben! Was? Als ob da jetzt ein Haus steht! Was? Hä? Hä? Was? Wir haben einfach so ein paar Bohnen reingeworfen und dann ist... Was? Ein paar Bohnen! Hä, das sind Fertigbauhäuser, kennt ihr das nicht? Wir haben ein paar Bohnen reingeworfen! Eine Schaukel! Guck mal, die haben wir auch gebaut, Leute! Alles! Der Teich! Und überhaupt! Komm an, Kamera! Was zum Teufel? Hä? Das nur weil wir ein Loch gebuddelt haben? So geht das! Leute, das war der erfolgreichste Tag der Welt! Ja, aber Harz, dann können wir uns doch auch ein Haus bauen lassen! Dann ist es easy! Ganz ehrlich! Dann gehst du dann ein paar alte Teebeutel rein oder so und dann hast du ein Haus! Fährst siebenmal im Kreis, fliegst zweimal mit dem Laster durch die Gegend! Ja! Fertig! Hä, das ist ja voll einsam hier! Da ist sogar ein Sandkasten mit Katzenscheiße! Ja, nice! Vor allem so hinterm Haus, weiß ich, da ist keiner bei dem Sandkasten! Das ist einfach ein Haus! Und dieser wunderschöne, dieser schön aufgebaute Gehweg hier, der hier links und rechts um die Ecke geht! Oh, toll! Guck mal, Leute! Das haben wir geschaffen! Wir haben's geschaffen, Leute! Mit ein bisschen Rollrasen und Einbagger! Hast du mal ein Foto da vormachen? Komm! Kuppenfoto! Oh, Kuppenfoto! Achso, schade! Okay, ja! Sehr schön! Hm, hm! Alle hintereinander oder was? Hm! Hm, hm! Ja! Unser Haus! Alter, schreiben wir in den Titel! HWSQ-WG oder so! Haus WSQ! Mit den Teilchen! Haus WSQ! Das ist echt so! Und jetzt bringen wir alles vor's Auto! Haben wir selber gebaut! Haben wir selber gebaut! Schon nice! Ja, ich bin ja sehr stolz auf... Ich will den Bagger noch einmal fliegen lassen, bitte! Und dann können wir aufhören! Dann ist ja sowieso... Haben wir sowieso geschafft! Ja! Wir haben übrigens die ganze Stadt hier gebaut, Leute! Das habt ihr noch nicht gesehen! Lutz, guck mal da hinten! Da sind Fußgänger, bitte! Ja, egal! Ich hab ein Haus gebaut! Das willst du von mir! Komm, Hammer! Harrybert, komm! Auf geht's! Jawoll! Jawoll! Ich fahr jetzt noch mal zum Staudamm! Ja, geil, Harrybert! Genau so! Ich fahr noch mal zum Staudamm! Den wollte ich noch mal sehen! Oh, warte! Da bin ich aber auch mit! Oh, da bin ich aber auch mit! Portet dich rein! Oder fahrt hinterher! Scheiße! Ich komm mit! Wie? Ich muss mich zum Erik porten! Warte! Ich komm mit! Oh! Nee! Der Tobi! Okay! Alles klar! Beim Tobbe! Der Tobbe! Können wir uns da unterstürzen eigentlich? Ey! Vorsicht! Oh! Schön! Nein! Was? Moin Curry! Einfach weiterfahren! Das ist alles normal! Ist der Staudamm? Warte mal! Wir haben ein bisschen kalt! Ein bisschen! Aber es ist alles normal! Vorsicht! Das ist ein Schild! Einfach durch! Endlich raus aus dieser Eindöde! Ich wollte eigentlich noch mal einen Tunnel fahren! Warte mal gucken, was das ist! Wir bauen keinen Tunnel! Wir machen jetzt hier die Party! Tschüss! Hey! Was wollen die Scheiße? Boah! Schweinerei! Diese versoffenen Bauarbeiter von Wolfsheim! Boah! Mit V! Als Beifahrer! Die Kamera! Das ist so cool! Boah! Erich! Du bist so heiß! Du bist so heiß! Ich sehe den hochmotivierten Curry, wie der hier sitzt einfach! Die Hände auf dem Schoß! Oh warte mal! Boah! Ah! Keiner gesehen! Alles gut! Alles gut! Ach du heilige Scheiße! Aus dem Weg! Nein! Was soll das? Hä? Hä? Was? Warte! Warte! Wir haben es gleich, Erich! Warte kurz! Warte! Hier ist Abschleppunternehmen! Dankeschön! So, fertig! Auf geht's! Abfahrt! Auf geht's zum Staudamm! Auf geht's zum Staudamm! Auf geht's zum Staudamm! Wir haben zweimal Rollstuhlrasen! Oh, diese Kurve, Alter! Oh! Ja! Nice! Da muss ein bisschen die Autos testen! Wo ist denn hier der Damm jetzt? Asphalt Wolf 27, heißer, heißer Öbürger! Hä? Wo bist du denn vorhin hingefahren? Nein, da wohnt der Vampir! Da wohnt Dracula! Ich war hier noch nicht! Hey, du hast gesagt, du bist schon beim Damm gewesen! Nee, ich hab gesagt, ich würde gerne mal hinkuruken! Ah, okay! Wo weißt du denn, dass da ein Damm ist? Ja, aber ausgeschildert! Da stand überall Staudamm! Ach so! Damm, Damm! Boah, ich hab voll Bock einfach mal in die Natur wieder rauszufahren, ey! Was, 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 was hast du voll Bock? Einfach in die Natur mal wieder rauszufahren, ganz weit weg! Nein! Es gibt einen, der zu dir hält! Wir sind zur Raststätte gefahren! Wir sind zur Raststätte gefahren! Das ist doch Natur! Das Schloss da links! Guck mal, Curry! Ja, schön, ne? Das ist unser Schloss! Voll geil! Das ist das HWS-Schloss! Schloss! HWS-Schloss-Kuh! HWS-Schloss-Kuh! Ach hier! Krass! Boah, das tut er mich ein bisschen an Österreich! Weiß noch! Wow! Hey, Sven, ich bin auf Yves'n Carter da unten! Das ist hier der Staudamm hier, ne? Wie schön das einfach ist hier! Boah, geil! Hä, was ist das cool? Hä, was ist das da hinten? Hä, ich will schimpfen, ey! Voll die Furzwolke! Voll die Pulle, Voll die Pulle, Lutz! Jetzt, Lutz! Jetzt oder NIE! Nein! Wir müssen da irgendwie rüberfliegen, jetzt geht das nicht irgendwie! Warte, ich komm, ich glaub da ist Alpha-Wand! Ah, schade! Ach, scheiße, Mann! Hä, wie cool ist das denn? Eigentlich muss das die Partwand machen! Ey, kann man, ja kann man jemanden das Auto hier drehen? Gesundheit! Kommt man da nicht hin? Das sieht ein bisschen aus wie Scum, ne? Ja, das stimmt! Lass uns kacken! Lass uns kacken! Ey, ich komm da Auto in den, in den LKW, Entschuldigung! Boah, Pan! Ja, da richtige! Und jetzt? Jetzt im grünen Auto? F! Hä? Ach so, ach, das meinste, ja! Ja, ja! Entschuldigung! Ich komme nicht raus! Ich mein, wenn da ne Wand ist, dann kannst du halt nichts machen, ne? Ja, ist keine Wand! Ich will schwimmen! Warte, 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 warte kurz, halte, kurz durch, und zack! Ich trau solchen Stau dem nicht, ey! Ohne Scheiße! Ohne Scheiße! Ich will dem nicht! Ja! Nein, doch nicht! Der ist komplett weg! Äh, der grün ist weg! Huch! Ja, der ist komplett weg! So, jetzt Tobi! Wann willst du denn? Ach so, du willst du denn hier? Drehen, damit wir da... Ja, Heribert, lauf mal grad ein Stück nach vorne, bitte! Heribert, den Wagen auf! Fahr an! Ja! Was? Du musst hier die Wagen! Oh, Scheiße! Das wollte ich gar nicht! Okay, noch ein Stück Tobi! Ich wollte auf die andere Seite, Scheiße! Ich glaub, das geht aber bestimmt auch nicht! Okay, los geht's! Nee! Nee, das ist einfach worden! Hä? Ja! Geil! Man kann da nicht runter! Oh! 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 Scheiße! Hör mal hin! Nicht wegfahren, Tobi! Wow! Nein! Die andere Seite geht auch nicht, ne? Geht halt nicht! Das wär so geil, wenn er runterspringen könnte und sich töten könnte! Voll geil! Ja, das wär voll geil! Ja, wenn er sich töten könnte, wär super! Aber schön hier! Ja, dann können wir doch hier uns verschieben! Hör mal, wie still das ist! Heftig! Es war in der Stadt genauso still, Mann! Nein! Hör doch mal! Genieß doch mal die Natur! Oh Gott! Ey, mit den Gönnen! Erik, genieß du grad die Natur! Weine nicht, wenn der Regen fällt! Dam dam! Dam dam! Dam dam! Es gibt einen, der zu dir hält! Dam dam! Dam dam! Dam dam! Hey, ist voll schön hier, Mann! Hör doch mal ganz los! Hör doch mal ganz los! Hör unsere Liebe, Liebe nicht! Alles, alles, alles geht vorbei! Doch wir sind uns treu! Ja, tschüss! Tschüss Tobi! Wo fährst du hin? Ja, tschüss! Siri! Hier kann man seitlich an dem Staudamm langlaufen! Alles klar! Wir sind Baumeister! Das ist wohl der Feinste! Boah, Tobi, wie cool! Hä? Hört ihr das? Einfach wann? Ja, warte! Was? Hä? Tobi! Siri, wir sind Baumeister! Tobi, ich bin im Wasser, guck schnell! Ich hab doch was geschafft! Cool, danke! Siri, wir sind Baumeister! Wer hat denn hier Siri angeschlossen? Siri, Siri weiß nicht, dass wir Baumeister sind! Curry, das ist ja nämlich so ein Goldman! Hier kann man drüber durchlaufen! Ich seh das nicht! Kann dir mal kurz auf das Auto rausgehen? Wie cool ist das denn? Ja, sind wir! Sind wir! Wie cool ist das denn? Wo bin ich denn? Hilfe! Wo bin ich denn? Jetzt aber grad aus ins Wasser laufen! Ja! Was? Auf jeden Fall ins Wasser! Siehst du uns hier hinten? Hä? Ihr seid da unten? Ja, Mann! Hä? Boah, was für ne schöne Landschaft! Wir sind bei GOT! Ja! Das ist da, wo die Dothraki da den Neus mitnehmen! Wo die den Ring fallen lässt! Ja! Sieht mal aus wie PUBG, oder? Ja, ist echt so! Schön, ich liebe so! Geil, jetzt sind wir doch noch in den Damm reingekommen! Ja, geil! Oder unter den Damm! Und Damm, Damm! Ich hab's doch gebrochen! Damm, Damm, Damm! Damm, Damm, Damm! Guck mal wie schön wir hier grade durchlaufen! Warte mal! Oh, nö! Oh, schade! Diese Schattenberge da hinten! Ja, ne? Die sind echt toll, wenn man mit der Maus so links-rechts geht! Ja! Wie Pudding, ey! Ne? Ja, was da oben ist? Ja, nice! Das ist, äh... Guck mal! Da hab ich sehr gefreut mit euch, ne? Ja! War, äh, ja! Das war sehr schön! Ja! Wo ist denn der Wurst? Curry? Kann man hier das Auto versuchen zu holen? Ja! Was habt ihr denn mit dem Auto gemacht, bitte? Curry, das ist... Wir mussten irgendwie die Synapse zu diesem Weltmeer hier unten öffnen! Die Synapse! Mhm! Achso! Ich glaub ich komm aber jetzt! Alles klar! Ah! Du bist durch die Map gefallen! Ich will auch! Warte! Ich bin einfach durch den Damm durchgelaufen! Wat? Ui! Oh cool! Ja, das ist auf jeden Fall... Das geht? Moin! Hallo! Da bin ich jetzt hier! Hier, Gleis 9,75! Ich will auch da rein jetzt in diesen scheiß Damm! Sehr schön! Voll ne Pulle! Ja geil, Alter! Moin Tobi! Offroad! Ey! Hast du jetzt noch Mysterium? Wir haben den Tunnel noch nicht abgecheckt! Wuhuuu! Hey! Hey! Wuiui! Oh ich muss kurz... Ist das jetzt durch den Damm durchgelaufen? Ja! Ja! Ok ich komme! Voll die neue Welt! Wir sind wieder da, wo alles angefangen hat vorhin! Wo bin ich denn? Ah! Ehe? Wie kann ich dir das Auto neben mir spawnen? Ich bin auf dem Hof. Wir sind am Bahnhof hier. Ich bin jetzt auf dem Hof, weil ich im Auto da durchgefahren bin. Achso. Ja gut, war schön. Boah, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, Leute. Oha, warte, eine Sache, wo ich noch mal ganz viel gegangen bin. Eine Sache, eine Sache, eine Sache. Ein Zug kommt nicht. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja, das mache ich auch gerade. Ich bin auf der anderen Seite. Cool, okay. Oh Gott, die Glocken kläuten, die Glocken kläuten gerade. Die Glocken kläuten. Halt dein Maul, die Gnocchi. Ach schön, das hat voll viel Spaß gemacht. Wenn da Augen brennen so. Das ist so ein Käse, ne? Ja, boah, Tobi, Alter. Na geil. Wo geht denn dieser Tunnel hin? Ah, come on. What? So, ja, ich muss jetzt weiterfahren. Wir sind weg. Tschüss. Warum? Tschüss. Hallo, tschüss. Hört ihr alle auf? Ich muss wissen, was am Ende des Tunnels ist. Der Eiferwand. Da kommt gleich Hogwarts. Ne, das wäre geil, wenn das wirklich so ein Easter Egg wäre. Keine Eiferwand. Hey, fahren wir die ganze Zeit hier durch. Hey, komm mal her. Alter, da ist ein Zug. Hä? Hier ist der Zug. Ja, der Zug kommt jetzt. Achtung. Hey, mach doch mal F jetzt hier. Komm mal rein hier. Es kommt ein Zug nach mir. So, da vorne war das, ne? La, 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 la. Es wäre dein Zug nicht. Ich glaube, er ist in die andere Richtung gefahren. Ich bin gegenüber von Palmen gefahren. Das stimmt. Ja, du musst genau den Tunnel entlangfahren. Okay. Guck mal mal. Aber ich glaube, du musst die andere Seite entlang, weil da ist nur die Map. Ich sehe ein Ende vom Tunnel. Hä? Jetzt hör dein Zug. Der Fall war geradeaus. Komm, auf geht's. Nach nirgendwo mit uns allein als Passagier. Tobi noch. Ah, ne, Tobi. Ach, stimmt. Die dürfen jetzt zwei rein. Oh Gott. Oh Gott, Pan. Das ist nicht richtig. Keine Sorge, keine Sorge. Oh, man kommt durch die Brücke. Die war gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, außen die Sicht fahren manchmal. Ja. Guck mal. Oh Gott. Hey, was macht denn der Wagen? Ich weiß es nicht, Erik. Das ist irgendwie falsch. Oh. Nein, nein. Ich bin durch die Map durchgefallen wieder und stehe wieder am Anfang. Nein. Hey, Curry, hast du das gerade gesehen? Ach, leck mich doch am Arsch. Pan, was machst du da? Fuhr da gerade was neben uns? In diesem grünen Ausraten-Map. Ja, ja. Da flog gerade ein Ubo-Pan. Kann mal einer von euch gerade aussteigen? Kann mal einer von euch gerade aussteigen? Kann den ganzen Weg nicht immer mal laufen. Okay, warte. Ich bin ausgestiegen. Dankeschön. Ja. Cool. Ja. Ja, die Brücke. Tobi? Ja, ja. Kann ich doch aussteigen. Komm mal zum kleinen Pritschenwagen. Komm mal zum kleinen Pritschenwagen, Tobi. Tag. Hey. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ne, finde ich auch. Wo geht die Brücke hin? Wo geht die Brücke hin? Du, 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 du. Ich habe keine Ahnung, wir sind eigentlich schon fertig. Wir sind bei 34 Minuten. Ja, aber das muss doch, das muss man noch erkunden. Das muss doch rausgefunden werden. Wir machen eine Folge lang nur erkunden. Oh, der Damm da hinten. Kommt man da hin? La, 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 la. Aber, warum ist denn die Straße so groß? Also, warum ist die Map so groß? Ist das die Brücke rüber zum, äh, zum Niterbase oder was? Ich glaube. Ich hocke eigentlich immer mit Vierfachsuchern. Wir könnten nochmal, wir könnten nochmal Autos auseinandernehmen, Tobi. Alter, Daisy. Das ist eine Idee. Brauchen nämlich noch Leben. Ne, Quatsch, was haben wir gebraucht? Blei. Blei blau. Blei blauchen wir noch. Und Messbecher. Jetzt fährt er hinzu. Ne, die haben wir hier. Jetzt fährt ein Pritschenwagen nach nirgendwo. Ich kann Bock mehr. Wir kommen hier in dem 2 an. Guten Tag. Das kannst du doch so nicht sagen, Tobi. Das muss doch ein Ende haben. Boah, was? Hä? Ja, hast du das gesehen, Pan? Ja, das habe ich aber gesehen. Hast du das gesehen, Pan? Nein, das geht einmal rum, ehrlich. Sollen wir dann jetzt langsam... Ne, dahin ist doch irgendwas. Guck mal. Dahin ist doch irgendwas. Ich will looten. Ich will looten. Ey, aus dem See. Oh, wie geil ist das denn? Oh, was ist das denn? Hä, das ist voll geil. Was ist denn da beschreibt es mir? Das ist einfach nur noch ein Sägewerk. Ich muss mir das angucken. Oh Gott, Tobi, Vorsicht. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Alter. Jetzt muss man hier aufwärts. Hä? Oh, Tobi, Sägewerkstatt, siehste? 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 Das ist voll das geheime Sägewerk hier, oder was? Ab durch Feld. So ist es nämlich. Oh, kleiner Pritschmagen ist voll. Hier kauft doch nie einer was. Warum ist der kleine Pritschmagen voll? Wir sind gerade, äh... Ihr macht alles kaputt hier. Wo sind wir denn hier gerade? Was ist das für eine Stadt? Ist das wieder Wolfsbrüsselheim da? Kölnpott! Aber warum ist hier nochmal ein Sägewerk? Das macht gar keinen Sinn. Es gibt doch schon eins. Eine sehr Haltestelle. Yay! Oh Gott. Ja doch mal, also mit der Zeit bist du, glaube ich, an anderen Orten. Irgendwie. Wenn du dich weiter da irgendwie steigerst. Ach, für neue Aufträge, oder was? So eine selbstgenerierende Map. Naja. Okay. Tja. Tobi, entspannt die Fahrt, ne? Also, es gibt hier... Das ist halt die Großstadt hier, ne? Toll, ich kann nix kaufen, weil die stellt vielleicht nicht groß genug ist wie bescheuert. Achso, du bist ja hier drin. Ja. Ich weiß, ich wurde heute schon Erik genannt, Tobi, aber ich bin neidisch. Ich dachte, du bist Tobi. Ja, ja. Aber nur vom Aussehen her. Weil wegen dem Namen. Ob Dieselbert oder Harrybert, ey, das ist aber auch ein Unterschied, ey. Curry, bitte, ja. Jetzt haben wir hier keinen Namen nach. Wie groß die Stadt hier ist, ey, war ein Wahnsinn, oder? Boah, ist echt riesig. Snopshop? Ah, der Piet wieder, ey. Snopshop. Snopshop. Ich glaube, das hier könnt ihr auch stundenlang spielen und auch nur auf der Straße joggen. Und Musik darüber hören. Einfach Walking Simulator. Gewerbegebiet Hafen. Ja, wir fahren jetzt zum Hafen. Hä, wieso ist das denn hier so detailliert jetzt? Da ist ein Markt. Man kann jetzt hier auch Schiffe fahren, Leute. Schiff, Schiff kann man hier auch fahren. Kann man kurz auch da aussteigen? City Center fahren. Ich würde auch gern was sehen. Ich würde auch gern was sehen. Ja, warte, wir fahren zum Hafen und dann, äh, okay. Nein, ich würde gern durch die Stadt laufen jetzt. Halt doch dein Maul! Steige aus! Ja, komm. Wollen wir mit dem Wagen hier losfahren? Scheiße, ey. Kacke. Hier ist so voll der Markt einfach. Hä, City Center, hä? Oh, Hotdog. City Center? Wo sind wir denn die Schilder da oben? Das wäre es, ne? Das wäre richtig geil, ey. Was steht da? Westland. Henning, ey. Industriepark. Sportpark. Shoppen. Hä? Kann man hier schönes kaufen. Das ist voll cool gemacht. Also, ne? Das ist wirklich voll cool gemacht. Na nirgendwo. Da ist ein Parkhaus. Warum fährt hier keiner rum? Was ist mit den Autos? Ach, doch, da ist da ein Auto. Voll tot die Stadt, ne? Ist richtig tot. Autofreie Sonntag. Oh, ganz kurz wollen wir vielleicht mal kurz. Da ist der Hafen da hinten. Hä? Mach nochmal, Tobi. Ich kaufe alles. Geh nach Hause. Alle Viertel Fuchsberger Höhe, Innenstadt, Gewerbe, Gebiet, Hafen. Das ist voll geil gemacht. Ja, das ist geil. Ich bin hier gerade auch in so einem Wohngebiet. Was ist das denn da hinten? Das ist der Hafen. Oh, hier. Neue Kollektion. Oh, nice. Ich habe keine Ahnung. Ziegelsteine, glaube ich. Für 70.000 Euro? Aber warum? Warum? Aber ich habe Dachpfannen gekauft, falls wir doch immer noch ein größeres Haus bauen wollen. Oh, hier ist ein kleiner Markt für der Kirche. Hier ist ein kleiner Markt. Das ist ja cool. Ja, Business da bei dem Markt ist voll cool. Da kannst du auch Hotdogs kaufen. Könntest du dir ein neues Tagzeug leisten. Das ist voll geil. Wir brauchen das. Ich möchte das jetzt als GTA-RP-Map haben. Aber hier sind keine Menschen. Es ist alles tot. Stahlelemente. Wir kaufen jetzt. Wir sind bei 15 Minuten. Wir müssen noch vorproduzieren. Jetzt mach mal Schluss. Ja, ja, ja. Oh, hier Brötchen. Richtig krosse, leckere, frische. So, wir müssen ja Tobi. Der Tobi hat recht fast. Ich gehe mal die Folgen heute echt nicht mehr hin. Ja, das stimmt. Die Stellplätze ist nicht groß genug. Ach, komm. Ja, habe ich auch die ganze Zeit schon probiert. Wir haben hier keinen Platz für Spacken, ey. Wir bauen doch noch drei Folgen. Dann sind wir fertig. So. Ja, dann vier. Eine. Ich bin schon voll müde. Also, das ist ja ein Meer. Meer. Okay, dann nächste Folge dann, Leute. Ich fahre jetzt ins Meer. Warte kurz, ich fahre jetzt ins Meer. Ein Rasenmeer. Ja, nächste Folge. Ah, warte mal. Das ist das Rathaus. Ist das nicht zurück in die Zukunft, das Rathaus hier? Das sieht echt so aus. Interpretierst du da ein bisschen zu viel rein. Ist das ein Easter Egg? Ich weiß es nicht. Ja, genau. 100 Pro ist es das. Das schmeckt bei mir. Hier ist auch noch ein Unrufparapand. Hä, Tobi? Tobi. Okay, Leute. Leute, fertig. Ich will nicht schätzen, aber... Das geht. Das sind, glaube ich, heute noch durchhalt. Ja, wir hauen jetzt raus. Ja, und rein. So rum. Alles klar. Wir hauen jetzt raus. Buchhafen. Buchhafen. Da hinten ist der Dom, Tobi. Guck mal, da hinten. Oh, äh, tatsächlich. Da war ich gerade. Lol. Ich fand das Ding schon immer hässlich, ne? Erst mal Pokémon Go spielen. Boah, war es der Dom? Sieht voll cool aus. Nein. Doch, wenn man nicht davor steht, der ist super beeindruckend. Weißt du, wie cool der ist, wenn der bei dir im Arsch steckt, Tobi? Dann ist er richtig fertig. Brauche ich ja zwei Polöcher. Da können wir jetzt auch so eine Steckdose. Ja, tschüss, tschüss. Leute, wir sind jetzt raus. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder eine sehr informative Folge heute. Sehr informativ. Schön, schön Zeit ziehen. So, was haben wir hier da drüben noch? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ich hier springe? Kann ich das noch? Muss ich wieder einen Veggie-Burger holen? Oh, ich habe schon auch noch ein End-Empf gemacht. Ich densele die Scheiße jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.